Wie berechne ich die Fläche eines Kreissegmentes? Eins vorweg, es gibt hierfür keine kurze Formel, wie wir es gewohnt sind, sondern wir müssen das Ganze eben durch etwas Logik und Arbeit uns herleiten. Prinzipiell vom Kreissektor, der hier entsteht, wissen wir die Formel ja. Die ist ja nichts anderes als eben die Alpha mal R² mal Pi 3,60. Und was wissen wir noch? Wir wollen ja nicht eben diesen kompletten Sektor hier wissen, sondern nur eben diese blau schraffierte Fläche hier, was eben das Kreissegment ist oder die Fläche des Kreissegmentes. Was wissen wir aber noch? Wir wissen auch hier ist ein Dreieck eben gegeben mit den Seiten R, R und der Sehne S hier eben. Und das ist ja alles gegeben. Wir können uns natürlich hier die Fläche dieses Dreiecks sehr wohl auch berechnen. Und wenn wir dann eben diesen Kreissektor als Gesamtfläche minus der Fläche dieses Dreiecks rechnen, bleibt natürlich nur noch unser Kreissegment oder die Fläche des Kreissegmentes übrig. Dazu müssen wir dann natürlich zunächst die Fläche des Dreiecks berechnen. Hierfür haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen können wir die heronische Flächenformel nehmen, die dann halt eben entlang ist. Oder aber auch kürzer. Wir können natürlich diese Fläche, dieses gleichschenkeligen Dreiecks uns sehr wohl berechnen. Da ja hier eben die Seite R und R gleich ist, können wir uns da sehr leicht die Höhe einzeichnen. Die Höhe geht hier eben aus dem Punkt der halben Sehne in den Mittelpunkt oder in die Spitze quasi der zwei Schenkel hinein. Es entsteht hier eben die Höhe. Die Höhe steht ja senkrecht jeweils auf diese Seite S. Und hier erhalten wir dadurch eine neue Seite S halbe. Und hier eben die Höhe H, dieses Dreiecks. Das ist jetzt ein rechtwinkeliges Dreieck. Und beim rechtwinkeligen Dreieck, die Fläche wissen wir ja auch, ist ja nichts anderes eben, wie diese Seite mal der Höhe halbe. Das wäre dann eben diese Fläche hier, wenn ich sie schraffiere. Und ich brauche das Ganze aber zweimal, also muss ich eigentlich nur eben Höhe mal S halbe, halbe mal zwei nehmen und erhalte dann für das Gesamtdreieck die Fläche. Dazu muss ich mir natürlich zunächst die Höhe ausrechnen. Die Höhe ist ja hier im rechtwinkeligen Dreieck nichts anderes eben als eine Kathete. Und R ist die Hypotenuse. Wir wissen ja, R² ergibt sich ja aus eben der Einkathete zum Quadrat, also S halbe zum Quadrat, plus eben H² hier. Und das H möchte ich haben. Daraus folgt ja eben, dass das H, wenn ich es jetzt alleine eben auf einer Seite stehen habe, eben dann ist H², R² minus eben dieses S halbe zum Quadrat. Und wenn ich das H haben will, ziehe ich hier eben noch die Wurzeln raus und erhalte dadurch eben dann den Wert für H. Hier ist wichtig, dass du eine Klammer drum setzt, weil du ja sonst eben dieses Halbe auch quadrieren müsstest, spielt aber keine Rolle. Es ist jetzt einfach eine Klammer drum und dann funktioniert das relativ einfach. Hier brauchen wir dann den nächsten Schritt eben nur noch einsetzen. R ist eben 3,5 zum Quadrat minus, jetzt in der Klammer kannst du einsetzen S, 3,4 und das ganze Halbe ist dann natürlich 1,7. Jetzt brauchen wir keine Klammer mehr, da wir ja nur noch dieses 1,7 Quadrieren, daraus eben Wurzel gezogen und wir erhalten eben für die Höhe genau 3,06 und das ganze Zentimeter natürlich. Jetzt haben wir die Höhe unseres rechtwinkeligen Dreiecks. Wir haben ja gesagt, diese Fläche hier drin eben ist ja A und wir brauchen das Ganze aber zweimal. Also müssten wir sagen, wenn wir das A1 und das A2 nennen, eben dass die Gesamtfläche unseres Dreiecks dann eben A1 plus A2 ist. Und die Fläche A1 jetzt hier von unserem Dreieck ist ja nichts anderes eben wie S halbe mal der Höhe und das Ganze natürlich halbe. Also S halbe mal der Höhe und das Ganze halbe und von der Fläche A2, die Fläche A2 ist aber auch nichts anderes wie die Höhe mal, weil wir haben hier auch S halbe, da wir ja genau diese Sehne geteilt haben, um die Höhe zu erhalten. Also ist das aber auch gleich A2. Somit kann ich als Fläche für dieses Dreieck eben definieren, zweimal diesen Teil, weil A1 plus A2, wenn sie beide gleich sind, ist es eben zweimal. Also zweimal S halbe mal H, das Ganze hier halbe und das halbe kürzt sich raus. Somit ist die Fläche des großen Dreiecks, also diese gesamte Fläche, die ich ja brauche, nichts anderes wie S halbe mal H. S halbe ist 1,7, da ja S 3,4 ist und die Höhe haben wir ja berechnet mit 3,06. Und ich erhalte als Fläche für dieses große Dreieck eben genau 5,2 Quadratzentimeter. Jetzt brauche ich dann eigentlich nur noch diesen Kreissektor berechnen. Von diesem Kreissektor ziehe ich eben dieses Dreieck ab und habe dann eben die verbliebene Fläche für dieses Kreissegment. Vom Kreissektor ist ja die Fläche nichts anderes wie Alpha mal R Quadrat mal Pi, 3,6. Um eben Alpha, dieser Zentriwinkel, der hier drin sitzt, als Gesamtes, den können wir noch nicht berechnen. Den müssen wir dann eben aus unserer maßstabsgetreuen Skizze herauszeichnen und erhalten hier eigentlich circa 60 Grad. Das heißt, auch hier brauche ich nur noch einsetzen, 60 mal R, R wissen wir, ist 3,5 zum Quadrat mal Pi, das ganze 3,6. Hier kann ich noch kürzen, bevor ich das im Taschenrechner eintippe und brauche dann eigentlich für die Fläche des Kreissegments nur noch eintippen 3,5 zum Quadrat mal Pi durch 6 und erhalte für die Fläche 6,41 Quadratzentimeter und die Fläche dieses Segmentes jetzt eben ist ja nichts anderes wie Kreissektor minus den Dreieck. Ja, also ist die Fläche hier 6,414 minus meine 5,2 und das ist dann genau 1,214 Quadratzentimeter. Da ich ja eben gesagt habe, meine Fläche dieses Kreissektors ist der, des Kreissegmentes eben, dieses blau schraffierten, ist nichts anderes wie der Kreissektor, also die Fläche des Kreissektors minus diesen Dreieck, das ja hier entsteht und das ist dann genau 1,214 Quadratzentimeter.